Also rüber zum Logistiklager und dann gucken was passiert der altar ist auch nur auf der karte um auf der karte wasser ich werde geblinkt ok auf der anderen seite hier auf 2 direkt an der straße ja jetzt werden die wahrscheinlich nicht mehr da sein ich sehe auch keiner ping nochmal und dann lass ich es regnen jetzt ist der nächste hinter uns hier was bevor der mir in rücken fällt gehe ich da mal hin ja dann gehen wir lieber da mal hin schon irgendwas entdeckt ein Haufen Bäume ja 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 ich sehe hier auch nichts ja die können sich ja bewegen das ist ja sehr nur da wo du in dem moment stehst da wird der markt besitzt also ganz schnell ich denke mal richtung ausgang wird aber nicht weggegangen sein hinten hier vorne liegt überhaupt nicht aus dem zaun raus hier ja habe ich na ja dann habe ich jetzt jetzt weiter habe ich schon erwartet dass das der ist ja wenn der so obenrum turnt ist schon richtig wo man von hier mit dem sniper auch nichts reißen kann das ist ja eine einöde sind wir von unserem ursprünglichen plan weg logistik lager wahrscheinlich leer ja gut gibt ja noch andere points der kam erscheint von hier oben sonst logistik ist noch dünger aber brauchst du nicht mehr also ich mich auch immer aber man kann es ja dann aus meiner leiche rausnehmen so sind wir denn hier beim übergang ja das ist unser plan ob der sieg die heilige auf 2 ja wer kriegt jetzt erstmal mörser auf dem kopf wo wer schießt kein ping also kein hit aber da wo wir hin wollen lagerhalle da ist also gegner kontakt also nicht logistik lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr logistik 1 lohnt sich nicht mehr wenn der nicht stiften gegangen ist dann wird er als sehr gemacht dann pack hier mal den frisor mit zeitschloss vielleicht schaffen wir es ja dahin ja dann müssen wir uns da wohl langsam mal rüber machen ja unter dem carport ist einer er ist ja hinter den blauen kisten verschworen und seitdem habe ich nicht wieder gesehen er ist natürlich mitten im wasser das problem mit der rückendeckung da an der stelle ist ich kann mich jetzt hier an den oder oben kommt einer wo ist denn da oben bei den zarten schmerzmittel mal rein beim gelben haus ja nachladen tut er hinter dem gelben haus hinter der ersten habe ich habe ich habe ich habe ich sauber aber das war der bugle typ das war gutes eigentlich wollten wir jetzt zum sigi ne eigentlich nicht offen zum sigi weil der sigi ist da auf einer blöden position ich wollte da ist glaube ich eine com station drin ich will den abwurf haben damit ich mal eine quest habe hast du denn jetzt schon gelootet hier unter der brücke ne der liegt ja hier irgendwo im wasser hier da liegt da der hat noch eine a 47 k wenn du die haben willst ist gut kommt denn der drop auf der anderen seite jetzt wäre sich vielleicht doch gar nicht verkehrt weil ich glaube gemacht da ist gefährlich weiß ich nicht also ich glaube ich kamikaze und der mit dem anzug das waren glaube ich die beiden high end dinger die haben wir jetzt weg geholt zeitschloss hat keiner gemacht da gehe ich jetzt mal hin vielleicht hat der container auch keiner gemacht das war und ging mal hier war auch noch keiner muss aussieht also zumindest gelootet ein schalter so ich werde mal fingen naja ping mal mal die kabel auch keiner mehr da keiner mehr da gut mit viel glück ist der container auch noch dann schnappen wir uns jetzt den drop und gehen zum container wieso können wir keine rutschfunktion einbauen können sie können sie können sie wenn es eine metall leiter ist musst du den sprinten knopf drücken aber nur ohne irgendwas anderes wahrscheinlich ich glaube nur ja auf jeden fall geht das das habe ich schon gemacht ja ich habe ein buddel foto gefunden aber ich habe keine ahnung wo das ist und ich will mir lieber den container und zu holen ich mache den tresor mal leer ja da bist du gerade jetzt ja da bin ich gerade ja weil ich direkt auf dem ding bin aber man sieht sich auf der karte 0 doch jetzt wahrscheinlich schon ich war direkt unter dem icon von von dem ding wir müssen uns ein bisschen beeilen weil es grundheim ja wenn sie keine störse namen mit und dann richtung ich habe leider kein jod aber ich würde sagen richtung strahlung raus habe ich noch ein ich leider nicht dann noch mal zum container das ist ja gucken auf der ich habe also wenn sie nicht aufgeschaut also aufgeknackt haben dann ist der noch voll weil geschossen hat den aufgeschossen hat den keiner ne da kam nicht ja scheiße und für die strahlung ja das schaffen wir gar nicht mehr also zurück wo wir herkommen ich gehe jetzt hier raus ganz einfach in den bestes ausgleichen ne das mache ich nicht versuchte glück ich nicht hat die letzten male gut funktioniert abwurf hast jetzt aber geholt abwurf habe ich jetzt ja jetzt gehe ich logistik lager gucken ob da wer ist bin mir sicher dass da keiner ist wahrscheinlich macht total viel krach und dann hockt da doch noch der den wir am anfang gepinkt haben mit dem ding schafft ja muss doch den letzten millimeter muss abspringen so mario skills ja ich war mario immer kacke ok dann lass das lieber ich habe einmal über die erste schlucht geschafft da habe ich mich gefreut habe habe ich dann irgendwann ein bisschen recht zeigen recht dass die abstand kürzer habe ich dann habe mich dann gewundert dass der counter nicht losgeht und die strahlung doch sehr knistert und dann habe ich den zweiten absprung nicht geschafft ja der ist auch ein bisschen wenn man dann ganz oft entweder geht einem bis dahin schon die puste aus weil man vorher viel anlauf nimmt dann ist die ausdauer schon trauen oder man drückt hat versehentlich noch mal dann geht davon aus dem tempo und fliege es natürlich runter das war schön ich weiß nicht genau was ich davon halten soll ja was denn hier sind noch ziemlich viele trucks ungelootet ja dann loote recht das zeug nicht jetzt aber das war gut mit dem team das hat gut geklappt also der macht einen von dem team das ist das nicht gut aber die Laufel dauert noch einen Moment dann nehme ich auch noch einen Sigi mit viel zu viel bei ganzem Material mit ganzem Fisch das ist ein Fisch mit sechs Stück braucht kein Mensch easy raus hier was ist denn Koffein herstellen? da fehlt die Blaupausen das ist ja raus das ist halt so viel Blaupausen fehlen das regt mich immer auf naja boah Entschuldigung verstehe ich auch gar nicht warum ich hatte die ganze Medizin ziemlich zum Anfang voll also das war glaube ich das erste was ich alle wo ich alle Blaupausen hatte dann muss ich an irgendeinem Pass muss ich das ja fliegen lassen gut nicht wie ist